Das unmittelbare Dienen durch Liebe, Rasa Das ganze Bhagavatam ist seiner Natur nach ein Rasa-Werk. Jeder Vers, jedes Wort darin bedeutet für die Rasa-Kenner verwirklichtes Gottdienen in Wortform, die immer von neuem Bhagavan sichtbar macht. Schon ganz am Anfang des Bhagavatam heißt es, Trink vom Rasa, trink immer wieder und wieder vom Rasa-Meere Bhagavatam, ihr, die ihr wisst, was Rasa ist und Rasa würdigen könnt. Hier und jetzt auf Erden trinkt davon, denn es ist die süßeste Frucht, die vom Wunschbaum der Veden fiel, vermischt und vereinigt mit dem Strome des Nektars, dem Trunk der Unsterblichen, der von dem Munde Schokas stammt. Bhagavatam 1.1.3 Fußnote 271 Amrita Vergleiche damit auf Seite 48 zitierte Strophe. Vom Nichtsein führe uns ins Sein, aus Dunkelheit führe uns ins Licht, vom Tode führe uns zur Unsterblichkeit, zum Nektar, das heißt zum Rasa der Unsterblichkeit. Priyanyaka Upanishad 1.3.28 Den Rasa zu trinken bedeutet, ganz waches Dienern des Hören der Lilas von Bhagavan, die im Bhagavatam beschrieben werden, in Worten, die gemäß der Lehre von Spota mit dem göttlichen Spiele selbst eins sind. Gemeint ist ein Zuhören in gespannter Aufmerksamkeit, mit aufgeregtem Hals wie ein Wild, wie es oft heißt, im schnellsten Inneren mitgehen, mit der sich oft unfassbar rasch wandelnden lila Situation und immer voll Sehnsucht des Dienenwollens, um wenigstens im Geiste, beim Hören, in dienender, liebender Unterordnung, denen dienen zu dürfen, die in so wunderbarer Vollendung in den Rasas der überweltlichen Gottesliebe direkt dienen dürfen. Die im Auftrag Chaitanyas von seinen Schülern verfassten Rasa-Schriften, zum Beispiel Bhakti Ras Amrita Sindhu und Ujjwala Nilamani, sollen den Adepten dazu verhelfen, auf seinem Wege zum Mitdienen in raserhafter Bremer Bhakti die Bewegung und Dramatik und Vielschichtigkeit der Lila in allen Einzelheiten zu erkennen. Den Weg vom Anhangen an der Welt zum Weltszugewandten Gott, Paramatma, und von diesem zu Gott in seinem eigentlichen Leben und schließlich zu dem ihm unmittelbaren Dienen, findet man bei einer Gesamtschau auch in den Shrutis, den vielen Offenbarungstexten des vedischen Schrifttums. Die sogenannte Shruti-Gita Bhagavatam 10.87 sagt aus, dass alle vedischen Offenbarungstexte in ihrem wirklichen Wesen ewige Chit-Schakti gestalten sind. Durch ihre Gesänge rufen sie am Ende jeder Weltauflösungsnacht den in tiefer Yoga-Versenkung ruhenden Maha Vishnu auf, sich wieder der Sphäre der Maya zuzuwenden und damit eine neue Weltschöpfung einzuleiten. Später weilen diese Gestalten der Shrutis in der höchsten Sphäre des Samsara, am Hofe des Weltenbildners Brahma. In der Shruti-Gita und im Priyad Bhagavatam Ritam werden lange Diskussionen wiedergegeben, die dort zwischen den Shrutis, die Gott in indirekte Weise und den Shrutis, die ihn direkt beschreiben, geführt werden. Es wird auch berichtet, dass es einige wenige Shrutis einst vergönnt war, in ihrem Gott erkennen, einen Blick auf das im Mondlicht gebadete Hirtenland Vraj werfen zu dürfen, wo Krishna im Raserspiel mit den Gopis tanzte. Im Bhagavatam 10.87.23 und ausführlicher im Priyad Vamana Puranam wird erzählt, dass die Sehnsucht der Shrutis erfüllt wurde, in einem künftigen Leben, in einem Leibe, gleich den Gopis, in dienender Unterordnung und dass sie Bhagavan Krishna dienen zu dürfen. Das bildet den Hintergrund der Hymne Uttabhas an die Gopis, die er sang, als er von Vraj Abschied nahm und worin er sie pries, dass die Gopis den Weg gehen, der von den Shrutis gesungen wird. Bhagavatam 10.47.61 Der Rasa der Welt Es gibt in Indien auch eine sehr durchgebildete, großartige Rasa-Lehre der weltlichen Poesie, die schon im Agni Puranam aufscheint und ohne deren Kenntnis man die indische klassische Dichtung, zum Beispiel die Dramen Kalidasas, kaum verstehen kann. Die Unterschiede dieser Rasa-Kunde zur esoterischen Rasa-Lehre der Lila sind sehr aufschlussreich. In der Lila ist die Prima Bhakti die ewige dienende erkennende Liebe, die Gott herbeizieht und zu Rasa wird, in den Mitspielern schon immer da vorhanden. In der Rasa-Lehre der weltlichen Dichtung wird zum Beispiel bei der Ausführung eines Dramas ein Zuhörer, der bisher von Rasa ganz leer war, durch die Kunst des Dichters, Spielleiters und Schauspielers mit Rasa erfüllt. Das heißt, er identifiziert sich zeitweilig mit dem Schicksal des Helden oder der Heldin auf der Bühne und vergisst dadurch sein eigenes Nöten und Sorgen. Er bekommt einen kurzen Urlaub von der Qual seines Ichs. Fußnote 273 Zu den exoterischen Rases Vergleiche Kavya Brakhaja auf Marnamata Translated by Ma Ganganatha Jha Revised Alabat 1925 The Indian Press S.K. Day The Theory of Rasa in Sanskrit Poetics Sir Ashutosh Silver Chumbili Volurnes Vol. 3 Calcutta 1925 Ashankaran Some Aspects of Literary Criticism in Sanskrit Or the Theories of Rasa and Tvani Madras 1929 Kandichandra Petry Comparative Aesthetics Vol. 1 Indian Aesthetics Benares 1959 S. Lienhardt Studien zur Eigenart indischer Kunstdichtung Dis Wien 1949 Der Rasa der weltlichen Poesie wird in verschiedener Weise definiert. Die Definition gemäß Vishwanath Sahitya Darpana Kalkutta 1914 Seite 71 lautet Rasa is an aesthetic emotion which is experienced by persons of taste as identical with the emotion of the person represented on the stage by an actor owning the predominance of sattva in them. Rasa is Akanda entire, invisible Svaprakaja Self-luminous made of jit and ananda Brahmasvara Sahutara Akin to the realization of the absolute Lokutara Chamatkara Prana Of the essence of transcendental wonder Rasa is a certain function of the mind called relish or enjoyment Svadhana Different from Gritti Wirkenstrieb and Gyabti Erkenntnis Die Scheidelinie zum esoterischen Rasa der Prema Bhakti liegt darin, dass im Sinn des Bhagavatam und Shiva Goswamis jeder Dharma, der mit Streben nach Eigengenuss behaftet, vom absoluten her gesehen Falschheit Heuchelei Heuchelei Pitrug Kaitava ist Nach dem klassischen Kommentarschritt Haras zu Bhagavatam 1.1.2 gehört dazu auch das Genießen von Atma und Brahman Kevala Vergleiche Bhagavatam 11.25.29 Satwa ist das Wohl, das aus dem eigenen Atma stammt Bhagavatam 11.25.24 Wissen vom Atma und Brahman ist Satwa Haft Bhagavatam 11.25.31 Alle Dinge und Gefühle, die im Menschen und in der Natur gründen, bestehen aus den drei Gunas der Maya Was in der vorherstehenden Definition überweltlich, Loka Uttara genannt wird, wäre im besten Fall also bloß ein eigensüchtiges Genießen im Bereich des Satwa Guna der Maya Im Grunde bedeutet der Raser der Welt in feinerer oder gröberer Form verwirklichtes Genießen Das erreicht seinen Gipfel im Orgasmus des Geschlechtsakts Auch da vergießt der Mensch sich selbst Und doch bewirkt das Feuer der Lust eine Steigerung seiner empirischen Persönlichkeit Und der Knoten des Ahamkara, des illusionären Ichs, wodurch der ewige Atma und die ihm wesensfremden, psychischen und physischen Hüllen zusammengeknotet sind, wird noch fester gezogen Es sind Ansichten geäußert worden, dass vor Rupa Goswami von Bhakti Rasa nie die Rede war Und erst dieser, unter dem Eindruck der Persönlichkeit Chaitanyas, sich entschloss Die klassische Rasa-Lehre der indischen Poetik zu einer Rasa-Lehre der göttlichen Lila umzuformen Und derart seine Werke Bhakti Rasa Amrita Sindhu und Ujwala Nilamani zustande kamen Doch steht Rupa als Bhaktar auch in dieser Hinsicht in einer Überlieferungsfolge Schon Murari Gupta, der Schulfreund Chaitanyas, der die älteste Lebensgeschichte schrieb Sagt in der allerersten Strophe seiner Biografie lange vor Rupa Der Tänzer und Spieler im Bhakti Rasa auf viele Art und Weise Und er kennzeichnet dadurch den ganzen Erdenwandel Chaitanyas als eine Entfaltung der göttlichen Lila im Bhakti Rasa Die Strophe Murari Guptas von Chaitanya als Tänzer und Spieler im Bhakti Rasa wird wörtlich übernommen von Vrindavan Das am Anfang seines Chaitanya Bhagavata 1.1.4 Fußnote 274 Vergleiche dazu die Behauptung von SKD Dass die Theorie von Bhakti als Rasa erst von Rupa und Sanatana aufgestellt worden ist Zum Beispiel Early History of the Vaishnava Faith and Movement Im Chaitanya Bhagavata 1.4.13 Mat-Ausgabe Heißt es auch Obgleich die Menschen von dem, was Bhakti Rasa ist, nichts wissen So sind sie doch sehr erfreut, Prabhu zu sehen Im gleichen Werk nennt Chaitanya den Madhavendra Puri Den Guru seines eigenen Guru Den Hauptspielleiter des Bhakti Rasa 300 Jahre vorher singt Jayadeva am Anfang seines Gita Govinda Wenn dein Herz in der liebenden Vergegenwärtigung Haris von Rasa überflutet ist Wenn du zu den göttlichen Spielen neues Entfaltungsspiel sehnsüchtig begehrst Dann vernimm die Verse von dem lieblichen, zarten Geliebten Vernimm den Fluss der Rede Jayadevas Gita Govinda 1.3 Entsprechend der Tradition der Gaudiya Vaishnavas Mahnt Jayadeva in dieser Strophe Das erst nach dem Erlangen wirklicher Erkenntnis Und nach der direkten Begegnung mit Krishna Als eine Folge der Prema Bhakti Auf der Rasa Stufe Sein Werk gehört Oder gelesen werden soll Solange jemand nicht klar erkannt hat Dass Krishna und Radha Sat und Chit sind Und nicht ein junges irdisches Liebespaar Würde in diesem Sinn Das Hören von der innersten Lila Gottes Nur ein Schwelgen in genusssüchtigen Fantasien Unter dem Vorwand des Religiösen bedeuten Als erstes Zeugnis der Überlieferung vom Rasa Gilt in dieser Traditionsfolge Und auch in anderen Sampradayas Die berühmte Stelle, die von ihm handelt Der göttliches Glück Ananda ist Und von dem alles Ewige und Vergängliche Sein ausgeht Wahrlich, er ist Rasa Und jener, der diesen Rasa erlangt hat Besitzt Ananda Wer würde leben, wer würde atmen Wenn in diesem unbeschränkten, grenzenlosen Akkage Nicht der Ananda wäre Dieser Rasa wahrlich verleiht den Ananda Im Sinn der Tradition der Gaudiya Vaishnavas Ist sowohl bei Bhagavan wie bei seinen Bhaktas Das tiefe göttliche Glück Ananda Einzig das Einander dienen In ganz unverhüllter, lauterer Prima Bhakti Die Rasa ist Von diesem Blickpunkt aus Erscheint die Anfangsstrophe Des Bhakti Ras Amrita Sindhu Die Bhagavan Krishna Als die Nektargestalt Aller Rasas preist Der Rasas, die von ihm ausströmen Und die wieder zu ihm zurückfluten Nur wie eine Entfaltung Der zitierten Aussage Der Taithirya Upanishad Fußnote 276 Vergleiche Priti Sandarbha 9 Pranakopalas Ausgabe Nabatvip ohne Jahreszahl Die Sanjari Bhavs der Prima Bhakti Wenn der Strom der dienen wollenden Prima Bhakti Zu einem gotterfreunden Rasa wird Da entstehen Wirbel und Strudel Im Fluten der Liebe Diese Gemütsbewegungen Im ständigen Strömen Der Chit-Shakti Sind die sogenannten Sanjari Bhavs Man zählt 33 oder 34 Solcher Sanjari Bhavs Fußnote 277 Auch die weltliche Rasa-Lehre Kennt diese Sanjari Bhavs Freilich mit ganz anderer Zielrichtung Rupa Goswami hat in seinen Rasa-Schriften Bhakti Ras Amrita Sindhu und Ujwala Nilamani Tunlichst eine Übereinstimmung mit dem allgemein bekannten System Der exoterischen Rasa-Kunde herbeizuführen gesucht In der äußeren Anordnung hat er Shri Sinha Pupalas Rasa Narva Sudhakara benutzt Edited by T. Ganapati Shastri Trivanudrum 1916 Trivanandrum Sanskrit Series No. 50 Rupa Goswami hat die Sanjari Bhavs in seinem Werk Bhakti Ras Amrita Sindhu An dem er sieben Jahre arbeitete Ausführlich dargelegt Das Werk ist in vier Teile gegliedert Die den Weltgegenden des unendlichen Ozeans Der Gottesliebe entsprechen Die einzelnen Kapitel heißen bezeichnenderweise Wogen In dieser Ars Amandi Einem exakten Lehrbuch der überweltlichen Gottesliebe Werden viele hunderte Male mit Szenen aus der inneren Lila anschaulich gemacht Alle fünf Rasas der Prima Bhakti behandelt Rupa Goswamis späteres Werk Ujwala Nilamani Der leuchtende blaue Edelstein Das heißt Krishna Das noch viel tiefer geht Behandelt ausschließlich den Sringar Rasa Der Titel dieses Werks bedeutet auch Den dunkelblauen leuchtenden Sringar Rasa Der Shiyama Rasa Der Krishna selber ist In großer Kürze sollen hier einige Andeutungen Über die Sanchari Bhavs der Prima Bhakti gegeben werden Die Beispiele geben einen Einblick in das Spiel Bhagavans mit den Seinen Bhakti Rasa Amrita Sindhu 2.4.7-190 1. Der Sanchari Bhav Nirveda Oder mit sich selbst unzufrieden sein Es regnet, Yashoda klagt sich selbst an, dass sie sich von Krishnas süßen Worten bereden ließ, ihn trotz der Wolken am Himmel mit den Kühen in den Wald gehen zu lassen. Äußere Kennzeichen, Tränen, sie wird bleich. 2. Vishada Verzweiflung Der Knabe Krishna tanzt auf den Häuptern der Schlange Kaliya. Yashoda wird von anderen abgehalten, ihm nachzuspringen. Sie kann ihm nicht dienen, ihm nicht beistehen. Sie erstarrt, stammelt, weint, sie wird ganz schwarz. Farbwechsel 3. Denya Sich armselig wissen, sich abwerten Radha sagt zu ihrer Freundin Vishaka, nachdem Krishna nach Mathura gegangen war. Er ging fort, ich vermochte ihm nicht, Recht zu dienen. 4. Shrama Anstrengen Schweiß benetzt ihre Gestalt. Sie müht sich um ihn mit ganzer Kraft. 5. Klani Ermüdung Yashodas Kraft, ihn um seinetwillen zu binden, erschöpft sich, fast werden ihr die Arme schlaff. 6. Mada Krishna ist schnell zum Kuhstall zur Radhas Garten hinübergesprungen, um ihr zuzurauen, wo sie sich treffen werden. Sie vergisst alle Vorsicht, schreit vor Freude auf, sie stolpert, als sie von ihrer Schwiegermutter ins Haus gerufen wird. 7. Garva Doch plötzlich nimmt Radha wahr, dass Krishna, den sie doch am meisten zu beglücken weiß, das Dienen jeder der Gopis mit gleicher Liebe annimmt. Radhas Prima Bhakti wandelt sich zu gekränktem Stolz. Sie verlässt den Raserkreis, der Reigen, der Reigen bricht zusammen. Krishna geht Radha nach und entschwindet den anderen. 8. Shankar Befürchtung einer bevorstehenden Katastrophe Radha ist voll Furcht. Die Schwiegermutter werde sie nicht in Yashodas Haus gehen lassen, um für Krishna eine besondere Speise zu kochen. 9. Trasa Wilde Erregung Ein Raubtier brüllt, die Blitze zucken. Sie werden doch Krishna kein Unheil antun. 10. Aviga Bestürzung des Chitta aus gutem oder bösem Anlass Yashoda schreit auf im Traum. Sie sieht Krishna auf dem Schoß der Dämonin Putana. 11. Unmada Verwirrung des Gemüts Wahnsinn In Geistesverwirrung fleht Yashoda einen Baum an, ihr zu sagen, welcher heilende Saft ihr Kind von dem Gift der Schlange heilen könnte. 12. Apas Mara Oder sich selbst vergessen, manchmal auch fast einem eleptischen Anfall gleichend. Yashoda sitzt stundenlang und hält ein Kleidungsstück von Krishna in den Händen. Er ist in Matura. Wer wird ihn kleiden? Sie vergisst Essen, Trinken, sich selbst. 13. Vyadi Oder Krankheit Qual Radha hat hohes Fieber. Seit zwei Tagen hat sie wegen eines Festes das Haus nicht verlassen dürfen. Sie wurde nicht zum Wasserholen für den Kult an der Yamuna geschickt. Sie konnte Krishna nicht begegnen. 14. Moha Ein zeitweiliges Aussetzen der innersten geistigen Funktionen, aber kein Aussetzen des Aufleuchtens von Krishna. Die Bhaktikraft verlässt den Prema Bhakta keinen Augenblick, auch nicht im Tiefschlaf. Krishna ist in den aufgesperrten Rachen des Asura-Aga hineingegangen. Yashoda fällt in Ohnmacht, als sie davon hört. 15. Riti Oder Sterben In der Krishna-Lila sterben die Dämonen. Auch sie sind ihrer wirklichen Natur nach ewige Mitspieler Bhagavans, die sich selbst, vergessend, in der Lila die schwere Rolle von Widersachern übernommen haben. In der Rama-Lila stirbt Dasha-Rata, Ramas Vater aus Gram, als Rama für viele Jahre in den Wald gehen muss. In beiden Fällen bedeutet dieses Sterben ein Gott dienen durch den Tod von seiner Hand oder um seinetwillen Bhagavans Ruhm mehren. 16. Alasya Müdigkeit Krishnas junger Freund ist ganz ermüdet vom Ringen mit Krishna, den er zu seiner Freude im Kampf besiegen wollte. 17. Jadja Geistige Trägheit, Erstarren, Zustand vor oder nach völliger Ohnmacht. Der Geist ist wach, aber die Glieder regen sich noch nicht. Radha ging in den Wald, sie hörte unerwartet den Ton seiner Flöte, mit dem er die Kühe rief. Sie erstarrt, kram. Er ist in der Hitze der sonnigen Flussebene. Und doch Freude, es ist seine Flöte. 18. Frieda Laja Sich schämen Bescheidenheit Die kleine Begleiterin Rathas schämt sich, als Ratha ihr in Anerkennung ihres Dienens um Krishnas Willen eine Speise von ihrem Teller gibt. 19. Avahita Verbergen eines Gefühls Yashoda gibt Krishna die Erlaubnis, zu den Kühen zu gehen, obgleich es ihr weh tut, dass sie ihm für einige Stunden nicht direkt zu dienen vermag. Um seinetwillen verbirgt sie ihren eigenen Kram. 20. Smriti Sich wieder bewusst werden, was früher erlebt worden war. Radha sieht eine Regenwolke und die Erinnerung an Krishna überwältigt sie. 21. Vitarka Überlegung über die Ursache einer Sache Radha erblickt einen schwarzen Tamala-Baum. Ist es Krishna, dem ich Früchte in den Wald bringe, oder ist es ein Baum? 22. Jinta Dauerndes Denken an eine Sache. Wann wird wieder eine Gelegenheit für mich kommen, Krishna zu dienen? 23. Mati Rechte geistige Ausrichtung Radha weiß wohl, wie ihre Sprache und Geisteshaltung beschaffen sein muss, wenn sie mit Yashoda spricht. Sie darf die Liebe zu Krishna nicht bloßstellen. 24. Triti Festigkeit des Geistes Nanda weiß, dass er sich fügen muss, als ihn, Krishna, den er nach Matura begleiten durfte, nach Vraj zurückschickt. 25. Er beherrscht seine Herzensqual, dass er, um Krishnas Willen, für eine Zeit lang seinem Kind nicht dienen darf. 25. Harajan Ekstatische Freude Der Geliebte gibt Gelegenheit, ihm direkt zu dienen, dadurch, dass er sich plötzlich offenbart, oder er belebt das Dienen durch Offenbarung besonderer Dinge. Daraus folgt Haarsträuben, Tränen, Steifheit der Glieder, Ohnmacht, Strahlen des Gesichts, also nicht Freude um seiner Selbstwillen, sondern um Bhagavans Willen, um des Dienens Willen. 26. Auzukya Nicht ertragen können eines Zeitaufschubs Noch ehe Krishna sichtbar wird, eilen die Gopis auf dem Hauptweg vor, um ihn durch ihren Anblick zu erfreuen und ihm Lichter des Willkommens darzubringen. 27. Ukrata Aukriya Heftigkeit bis zu Zorn und Wut, zum Beispiel bei Krishna selbst. Als der Arisht, Asura, während des Rasa-Spiels seine geliebten Gopis belästigt. Ein Sanjaribhav Krishnas, um seiner Bhaktas Willen. 28. Amarsha Nicht ertragen können eines Vergehens Die Gopis zu Krishna Um deinet Willen sind wir zu dir in den Wald geeilt Und du willst dich entziehen, wenn wir dir dienen wollen 29. Asuja Abneigung beim Gedenken oder Auftauchen einer anderen Person Eifersucht um Krishnas Willen Krishna ruht nicht auf dem Blumenbett, das ich Radha bereitet habe, Sonnen auf den weniger weichen Blumen, die Chandrawali zu einem Ruhebett bereitete. 30. Chapala Leicht frivole Ausgelassenheit des Geistes Eine Gopi sagt Mag die Flöte, deren Töne unsere Sinne verwirren, wenn wir vor den Älteren gesetzt sein sollen, mit dem Wasser der Yamuna in den Ozean schwimmen. 31. Nidra Schlaf Der Leib ist still, die Sinne sind still, doch das Unterbewusstsein ist bei Krishna. Dieser ist unter der streichelnden Hand seiner Mutter eingeschlafen. Yashoda begibt sich zur Ruhe. Im Unterbewusstsein hält sie das Bild Krishnas bis zum Erwachen fest, also keine Überwältigung durch den Guna-Tama. 32. Subti Traumschlaf Yashoda träumt, dass Krishna vor ihr entflieht und sie ihm nachläuft und ruft. Eh, jetzt habe ich dich beinahe am Gewand erfasst. 33. Bodha Aufwachen Entweder nach einem Irrtum oder nach Schlaf oder einer Ohnmacht. Es ist gegen Morgen. Yashoda wacht auf mit dem Gedanken. Es ist höchste Zeit, die Milch für das Kind zu kochen, damit sie für das Frühmahl Krishnas bereit ist. Mehrere der esoterischen Sanjari-Bhavs scheinen identisch mit Wirkweisen der Gunas der Maya zu sein, zum Beispiel Verzweiflung, Vishada, sich armselig wissen, Dainya und so weiter. Doch sind die Wirkweisen des Tama, Raja und auch des Sattva eigensüchtig auf einen Selbst bezüglich. Die Sanjari-Bhavs der Bhakti aber entstehen einzig um Krishnas Willen. Sie sind Wirkweisen der Samvit-Shakti. Solches Dainya, zum Beispiel, dass sich abwerten, sich armselig wissen, aus Gram, Krishna, nicht in rechter Weise dienen zu können, wird Mutter des Bremer genannt. Wenn durch die unmittelbare Begegnung mit Bhagavan die Wogen der überweltlichen Gottesliebe zu Rasa geworden sind, können sie so mächtig sein, dass sie sich nicht nur als Gemütsbewegungen äußern, sondern den ganzen Leib überwältigen und dadurch erkennbar werden. Die Psychologie der Lila spricht in diesem Fall von den acht Sattvika-Bhavs der Bremer-Bhakti. Diese sind steif werdende Glieder, Stamba, Ohnmacht, Bralaya, brechende Stimme oder völliges Aussetzen des Sprachvermögens, Svara-Bheda, Tränen, Ashru, Schwitzen, Sveda, Farbwechsel, Vaivarnya, Haarsträuben, Romandja, Zittern, Kampa. Je nach der Intensität der Liebe unterscheidet sich ihre Stärke. In der Rasa-haften Bremer-Bhakti, Radhas, treten oftmals mehrere, ja zuweilen alle diese Sattvika-Bhavs hellleuchtend gleichzeitig auf. Die Anubhavs. Die Anubhavs der Bremer-Bhakti sind ähnlicher Art, aber nicht so ganz spontan wie die Sattvika-Bhavs, sondern wenig bewusster als diese. Es werden 13 Anubhavs unterschieden. Tanzen. Die Bremer-Bhakti hat den ganzen Leib ergriffen und der Bhakta tanzt. Nritya. Er schreit. Grosjana. Er brüllt. Humkara. Seine Glieder strecken sich. Tanu. Motana. Er öffnet weit den Mund, als ob er gehnte. Schrimbana. Er atmet schwer. Schwasa. Puma. Er kümmert sich nicht mehr in mindestens um die Umwelt. Loka. Anna. Pekschita. Speichel sondert sich ab. Lala. Srava. Der Bhakta lacht laut. Atta. Hasa. Er wird schwindelig. Gurna. Schlucken überkommt ihn. Hika. In der Psychologie der Bremer-Bhakti werden die Bhavs lautere Gottesliebe aufs genaueste von ihrer Nachäffung unterschieden, wo es sich zum Beispiel um Tränen aus bloßer religiöser Sentimentalität handelt, die ichbezogen und nicht gottbezogen ist. Doch nur der Bremer-Bhakti hat das Vermögen, das Zerrbild des Bhav von den echten Bhavs der Bremer zu unterscheiden. Raganuga Bhakti. Fußnote 278. Vergleiche Bhakti Ras Amrita Sindhu 1.2.270. Die Gottesliebe der ewigen Mitspieler in der Lila wird auch Ragatmika Bhakti genannt. Raga bedeutet hier höchstes Versunkensein in den, der geliebt wird, mit dem dürstenden Begehren, ihn durch Dienen zu erfreuen. Atmika bedeutet, dieses Begehren ist die Natur dieser Bhaktas, sie ist ihnen von Ewigkeit her eigen. Es gibt eine besondere Form der Sadhan-Bhakti, die nicht wie die Vaidhi-Bhakti Regeln folgt, sondern darin besteht, im Geiste in der Vorstellung, denen zu dienen, die in der Lila in vollkommener Weise zu dienen vermögen. Diese Bhakti, die schnell zum Ziele, Bremer-Bhakti führen kann, wird Raganuga-Bhakti genannt. Das Wort Anuga bedeutet hinterhergehen, also dienende, liebende Unterordnung unter einen, der in der Lila ewiglich dient. Die Texte betonen, dass sie sich bei diesem Dienen im Geiste, Manasi-Seva, nicht um ein Fantasiebild handle, sondern dass die Chit-Shakti, die Erkenntniskraft Gottes oder Bhakti, diese Vorstellungen formt und das aus ihnen allmählich der Chit-Leib erwächst. Mit dem der Bhakti nach dem Tod, das heißt, den Ablegen des Stoffleibs, in der ewigen Wirklichkeit in der Lila dienen wird. Bereits im Padma-Puranam findet sich eine Anweisung, während solches Dienen im Geiste in Bezug auf die Gopi-Lila von Goloka vor sich geht. Da erklärt Sadashiva dem Narada. Die Diener, Daza, Freunde, Eltern und Geliebten Haris sind hier alle ewig, an Eigenschaften und Wesen ihm gleich. Und so wie hier im ewigen unsichtbaren Reiche von Goloka sind sie in dem Vrindavan auf Erden, in der ewigen Lila so wie in der sichtbar werdenden Lila, die in den Puranas beschrieben wird. Auch dort kommt und geht er von der Gopasiedlung in den Wald mit seinen Freunden, die Kühe hütend, ewiglich, nur ohne das Töten von Dämonen. Seine Geliebten meinen, auch dort, dass sie mit jemanden anderen als Krishna verheiratet sind. Deshalb spielen sie mit ihm im Verborgenen. Du fragst nach der Methode des Dienens, die durch das sich als Gopi-Wissen gekennzeichnet ist. Man halte sich gegenwärtig, dass man eine liebliche Frauengestalt unter diesen Gopis sei. In jugendlichen Alter, voller Schönheit der Gestalt, wohl bewandert in den vielen Künsten des Dienens. Ewiglich eine Dienerin der Radha. Immerdar befasst, ihr zu dienen. Größeres, liebendes Dienen habe man zu Radha als zu Krishna. Mit größter Liebe und Müße bemühe man sich, beide zusammenzuführen. Sein höchstes Glück in der Wonne findend, die im Dienen Radhas und Krishnas besteht. Also vergegenwärtige man sich, dass man dort Dienst tue, von den Stunden vor dem Morgengrauen beginnend bis in die tiefe Nacht hinein. Padma Puranam Patala Kanda 52.3-11 Fußnote 279 Vergleiche SKD Vaischnava Fate and Movement 131, wonach angeblich gemäß Bhakti Ras Amrita Sindhu wie Curious Enjoyment im Vav Radhas oder einer Saki das Ziel der Raganuga Bhakti sei. Mehr über Raganuga Bhakti im Sinn der Grundtexte siehe das Kapitel in diesem Buch die Aufträge an Raghunath Das, Rupa und Sanatan, Seite 480. Über die Liebe, die Eigengenuss sucht und die Liebe, die einzig das Glück des Geliebten sucht, Seite 202 Eine Liebe, die nicht nur das Glück des Geliebten, sondern auch Eigengenuss begehrt, wird in Ujhvala Nilamani P. 408 der Liebe der Dirne Kupja Bhagavatam 10.48.9 zu Krishna verglichen. Das Sanskrit-Wort Kupja bedeutet die Bukkalika. Es handelt sich um eine Liebe, die durch den Buckel der Selbstsucht entstellt ist. Die Bezeichnung Raganuga Bhakti stammt aus der Chaitanya-Schule. Aber wie die Stelle aus dem Padma-Puranam zeigt, wurde diese Form des Bhakti schon lange vor dem Auftreten Chaitanyas in Indien geübt. Das Neue in Chaitanyas Unterweisung bestand darin, dass er lehrte, den Verlauf eines Tages und einer Nacht, die sogenannte Acht-Zeiten-Lila von zusammen 24 Stunden aus der Lila Radhas und Krishnas ständig zu durchdenken. Der erste, der über diese Methode der Raganuga Bhakti eingehend schrieb, war Kavi Karnapura in seiner Krishna Anika Kaumudi. Eigentlich handelt es sich bei der Raganuga Bhakti um eine besondere Form des Smarna, das heißt des immer tieferen Durchdenkens und im Bewusstsein Tragens einer Sache, Anu Sadhana, in diesem Falle der Lila. Oft ist es verbunden mit dem Singen und Durchdenken der Bedeutung des Gottesnamens. Die fünf Intensitätsgrade des Smarna sind 1. Smarna Ein wenig von Anu Sadhana 2. Darana Das Chitta von allen anderen Dingen wegziehen und die Sache im Mana tragen 3. Dhyana Im Besonderen im Einzelnen ganz stark nachdenken über die Gestalt und so weiter einer Sache. 4. Druva Anusmrithi So wie ein ununterbrochenes Fließen unwankbar. Vergleiche Bhagavatam 3.29.11 Wie die Ganga zum Meer strömt. 5. Samadhi Ausschließliches Aufleuchten Spurana dessen, was der Gegenstand des Dhyana ist. Vergleiche Bhagavatam 12.10.11 Wie ein Blitz lebendig bewegt. Chaitanya lehrte in seinem Shikshastakam den Shastras folgend, dass alle Shakti Bhagavans, ja alles Entfaltungsspiel Gottes, im Namen Gottes enthalten ist. Siehe Seite 493 Sobald nun beim Singen und Durchdenken des Gottesnamens im Spota der wesenhafte Sinn des Wortes aufbricht und die Identität von Wort, Idee und der Sache selbst erkannt wird, leuchtet die Lila Gottes dem Adepten in ihrem wirklichen Wesen auf und es wird auch sichtbar, in welcher Chit-Gestalt und in welcher Weise er einst selbst in der ewigen Lila, in der ewigen Lila wird mitdienen dürfen. Es wird abgeraten, über diese Dinge mit irgendjemand, sogar dem Guru nicht ausgenommen, zu sprechen. Sobald nun beim Singen und Durchdenken